Was ist die seltenste Sache in Minecraft? Ich wette, ihr werdet überrascht sein. Eine sehr seltene Sache zum Beispiel ist, dass eine Schatzkiste durch einen Bug einfach zwischen 5 verschiedenen Schweinespawnern in einem Minenschacht spawnen kann, in dem sich genau alles überlappt. Doch das ist noch lange nicht das seltenste. Es gibt einige Seeds zum Beispiel, die ein Portal mit genau vorher 12 steckenden Endeaugen finden können, ohne dass man selber einen hinzugefügt hat, was eine Chance von 1 zu 1 Billion macht. Doch das ist auch nicht das seltenste. Denn das seltenste ist tatsächlich ein Mob. Und zwar nämlich ein Baby-Zombie, ein Villager-Baby-Zombie, welcher auf einem Huhn reitet, mit voll Diamant-Rüstung und einem enchanteten Eisenschwert. Das Ganze dann noch in einem Dschungel-Edge-Biom in einer Halloween-Edition, was eine Chance von genau diesem Prozentsatz ausmacht. Doch das seltenste ist, dass du innerhalb der nächsten paar Sekunden meinen Kanal abonnierst.